Das Meer, das Meer war so schön. Unglaublich. Und das Wasser war echt super sauber und so warm. Es war genial. Meine Freundin und ich, wir waren den ganzen Tag schwimmen. Einen Bootsausflug haben wir auch gemacht, zu einem superschönen Dorf, dem Weißendorf. Beim Zurückfahren waren wir dann baden in einer Bucht. In Athen waren wir auch. Die gesellige Lebensart der Griechen und ihre Freundlichkeit haben mich fasziniert. Und das Essen war wirklich gut. Die Küche dort ist hervorragend und die Weine sind wunderbar. Ein Gedicht. Natürlich haben wir uns die Akropolis angeschaut. Aber noch besser als die Akropolis hat mir das Amphitheater gefallen, das gleich am Fuß von dem Berg ist, auf dem sich die Akropolis befindet. 5000 Leute gehen da rein. Es ist 2000 Jahre alt und immer noch in Betrieb. Der Name des Amphitheaters ist Irodion. Ich will da wieder hin. Ich will da wieder hin. Ich will da hin. Ich will da hin. Ich will da hin. Ich will da hin.